Nur das Beste, Alex. Felix Neureuter findet tröstende Worte für den verletzten Skistar Alexander Armott-Kilde. Was es für einen Profisportler bedeutet, eine schwere Verletzung nach der anderen wegstecken zu müssen, davon kann Ex-Skirennläufer Felix Neureuter, 40, bekanntlich das ein oder andere Liedchen singen. Felix Neureuter fühlte sich wie ein fahrendes Wrack. 2019 musste er seine Karriere im Alter von 34 Jahren beenden. Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden, schrieb der Sohn von Ski-Legende Rosi Mittermeier, 72, damals via Instagram. Immer wieder hatten gesundheitliche Probleme den erfolgreichen Sportler ausgebremst, chronische Rückenschmerzen, ein Kreuzbandriss im November 2017 und ganz zum Schluss eine Nussallergie. Zwischendurch habe er sich wie ein fahrendes Wrack gefühlt, sagte Neureuter später. Kein Wunder also, dass sich der 40-Jährige aktuell nur zu gut in Skiprofi Alexander Armott-Kilde, 31, hineinversetzen kann. Alexander Armott-Kildes Schulter hat sich wieder infiziert, Wintersport-Community leidet mit ihm. Wintersport-Fans wissen, der norwegische Skirenläufer hat erneut einen Rückschlag erlitten und befindet sich wieder im Krankenhaus. Es steht wohl eine weitere Schulteroperation an, nur kurze Zeit nach der letzten. Enttäuscht teilte Kilde seinen Fans die unerfreuliche Entwicklung via Instagram mit, die ihren Ursprung in einem schweren Sturz beim Ski-Weltcup in Wengen im Januar hatte. Trotz seiner misslichen Lage erfährt er jedoch großen Rückhalt aus dem Kreis der Wintersport-Community. Mehrere Kollegen aus dem Skisport haben Alexander Armott-Kilde in den letzten Stunden aufmunternde Worte zukommen lassen. Zu den Unterstützern zählen seine Partnerin Michaela Schifrin, 29, Corinne Suter, 17, Alexis Pintyrault, 33, und Lin Sivon, 39. Auch Felix Neureuther nahm sich die Zeit, um dem Norweger Trost zu spenden. Er kommentierte den Post mit, nur das Beste, Alex. Der Garmisch-Paten Kirchener fügte seinem Kommentar zudem ein Herz bei. Diese Geste der Solidarität und Unterstützung dürfte Kilde in dieser schwierigen Zeit besonders wertvoll sein und ihm neue Hoffnung schenken.